Vitali Klitschko und seine Frau Natalia lassen sich scheiden. Das hat der ehemalige Schwergewichtsweltmeister und heutige Bürgermeister von Kiew der Bild-Zeitung bestätigt. Wir haben gemeinsam die Scheidung eingereicht, weil wir bereits seit Jahren getrennt leben und das jetzt offiziell machen wollen. Weiter heißt es in dem Statement, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander und respektieren uns, aber wir leben schon länger getrennt in verschiedenen Städten. Vitali Klitschko lebt in Kiew, Natalia in Hamburg. Nach 26 E-Jahren gehen die Klitschkos also künftig auch offiziell getrennte Wege. 1996 hatten der damalige Sportprofi und das ehemalige Model Natalia Egorowa geheiratet. Sie haben drei gemeinsame Kinder. Natalia und Vitali Klitschko engagieren sich gemeinsam für ihr Herkunftsland, die Ukraine. Zuletzt sammelten sie Spenden für die Aktion We Are All Ukrainians 2022 der Klitschko Stiftung.